Der bessere Weg Ein kleiner Junge, der auf Besuch bei seinem Großvater war, fand eine kleine Landschildkröte und ging gleich daran, sie zu untersuchen. Im gleichen Moment zog sich die Schildkröte in ihren Panzer zurück und der Junge versuchte vergebens, sie mit einem Stöckchen herauszuholen. Doch der Großvater hatte ihm zugesehen und hinderte ihn daran, das Tier weiter zu quälen. Das ist falsch, sagte er. Komm, ich zeig dir, wie man das macht. Er nahm die Schildkröte mit ins Haus und setzte sie auf den warmen Kachelofen. In wenigen Minuten wurde das Tier warm, steckte seinen Kopf und seine Füße heraus und kroch auf dem Jungen zu. Menschen sind manchmal wie Schildkröten, sagte der Großvater. Versuche niemals, jemanden zu zwingen. Wärme ihn nur mit etwas Güte auf und er wird seinen Panzer verlassen können. Wärme ihn nur mit einem Stöckchen, wie er in der Schildkröte mit einer Schildkröte, sondern sie werden sehr viel in der Schildkröte mit einer Schildkröte,